Geiler Start, voll die geile Lache gerade. Ja, willkommen zurück bei Warrock, meine Freunde. Immer noch hier am Start, PunktkommaNull, aber diesmal nur im TeamSpeak. Du kannst ja parallel noch, weißt du, was lustig wär? Wenn ich parallel, was anderes auch? Das ist ja doch voll ein geiles Experiment auch. Weißt du, das mach ich auch. Was haben wir denn hier geiles? Komm, machen wir mal. Jetzt mal Steam aufmachen hier. Mal gucken, wie das ankommt, weißt du? Ohne Scheiß, mach das bitte mal. Alter, das kommt mir schon voll gut an, so. Ja ne, da haben wir so ein... Ich finde es lustig. Hier ist es lustig, finde ich, ne? So, pass mal auf, Bibliothek. Oh, hier, Rayman Legends, sagst du? Rayman Legends machst du? Oh, eins, zwei, eins. Äh, bitte was? Nix. Ja, das lädt noch, weißt du? Du musst hier immer Uplay noch vorher anmachen. Alter, das ist das... Das macht Steam dann automatisch, ne? Von Ubisoft, das ist so behindert. Ja, das ist auch so ein Thema, was man vielleicht mal... Alter, das rät mich auch so auf. Auch Windows Live, äh, Kack da und so, ne? Boah. Oder Origin. Boah, Origin, das ist das allerstimmste. So Sachen halt. Das sind einfach so unnötige... Die keiner will. Ja, das sind einfach so unnötige Geburten, die man da noch extra downloaden muss. Weißt du, was ich jetzt mache? Was denn? Richtig fett die X-Story an. Hammerfett. So, äh, übrigens mit am Start ist noch mehr ein Nicky. Lost Myself und... Baser aka... Zero Music. Und der jetzt drauf? Und das war's. Der Rest ist gegangen, leider. Basti ist auch schon gegangen und Insanity schon lange. Und vielleicht kommt der mal noch ein neuer dazu. Mal gucken. Boah, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Wer weiß das schon, er weiß das schon. Deine Mutter. Lol, du bist dabei, einen Goldpokal zu gewinnen, wa? Ja, Hammerfett, Junge. Ich mach mir hier diese Challenge, da muss man so runterfallen. Das ist auch richtig behindert. Okay. Fast so behindert wie Warrock, ich sag's dir. Hör doch mal, Alter. Boah, wie er drauf abgeht immer, ne? Ich find das so geil. Ich hasste. Ich muss doch meine Community schützen, Alter. Was los mit dir? Oh, er muss meine Community schützen. Na klar. Kleiner Hirte. Der Hirte auf der Schafswiese. Mama, ich bin ein Schaf. Lol. Schon verloren. Es ist behindert. Noob. Ist Mirai noch dabei? Ja, Fin. Geil. Ja, machst du jetzt so ein Experiment mit, oder? Ja, sicher. Ja, ich nehm schon auf. Alter, du, weißt du, das ist halt... Ja, komm, nee. Nee, doch, jetzt muss ich das raushalten. So Punkt, 0, weißt du, ohne Ansage. Jo. Weißt du, ohne Willkommen zurück oder so. Startet einfach die Aufnahme. Was ist denn das für ein Mongo-Kind? Ja, einfach mal Big Surprise. Ich muss mal eben... Ich muss das mal leiser machen hier. Oh, Alter. Wie ich immer sterbe am Anfang, ne? Na klar. Ah, so geht das. Ich muss das mal leiser machen. Boah, ist das jetzt mega leise. Ich hör nichts mehr. Alter. Lol. Basel. Lol. Berlin. Osten. Nehmen wir die AK, die ist voll gut. Dieser Gag wird auch nie alt, oder, bei uns? Nee. Nee, das ist aber einfach zu geil. Jetzt mal ohne Witz. Fängt da Streit an, Alter, weißt du? Boah, das wäre so geil, so richtig hart Beef, ne? Das lohnt sich kaum mit jemandem, der nur für 50 Abos hat oder so. Ne? Mir hat ja auch mal einer vorgeschlagen, ich soll mal so ein Beef mit einem großen YouTuber anfangen. Voll intelligent. Richtig hart Abos, Christiane. Alter. Alter, willst du Beef mit mir haben? Nein. Nein. Lol. Schon wieder nicht geschafft, ne? Wir haben schon in den Aufnahmen mehr Beef und da... Aber das ist echt schon die behinderte Challenge, die man karben kann, ne? Dieses Runterfallen. Das innerhalb von 10 Sekunden oder so, ne? Ja, so weit wie man... Kennst du doch, du guckst doch immer meine Videos. Nee, ab und zu gucke ich rein, ja. So, pass auf jetzt hier, Gold. Streamy. Ne. Streamy ist nur 2,5 Sekunden besser als ich. Bam. Das ist eine richtige Notte, ich sag's dir. So. Komm jetzt aber. Kein anderer Lebensinhalt außer Rayman Legends. Das ist auch traurig. Oh, scheiße, schon verkackt. Wie er einfach alle beleidigt, ne? Wie sie's doch alle verdient haben. Alter, bist du ein Kackspass, ne? Boah. Ne? Wie er nix abkann, ne? Ne? Wie er nur ne sagen kann. Ja, weil ich mich konzentrieren muss, weißt du? Ich spiel mir jetzt ein vernünftiges Spiel. War auch ein bisschen so... Ähm... Äh... 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 Ja? Und dann... Und dann... Ich spiele ein vernünftiges Spiel, wo man halt noch... Ähm... Ähm... Geiler Inhalt, Alter. Geiler Inhalt. Geiles Megui-Tutorial, willst du hier reinziehen? Und dann... Muss man auf... A-V-Creator... Und... Dann... Zählt man sein Video rein? Und... C-R-F... Dann... Aber das komische ist... Nur bei dem und dann... Betont man... Also betont die... Derjenige... Ist so schwul, weißt du? Und die? Derjenige. Wen meinst du? Keine Ahnung. Ich hab's mal irgendwo gesehen. Ja, ne? Aber... Mir fällt... Mir ist der Name gerade im Fallen. Ich glaub Kojan ist der Channel, oder? Ja, ko... Und gut, er macht das langsam auch öfters. Aber das ist halt so ne... Und dann... Das ist halt so ansteckend auch. Aber ich glaub, bei ihm ist das richtig authentisch. Ja, bei ihm kommt's auch gut rüber. Auf jeden Fall. Na klar. Ach, fuck. Ich hab abgekackt. Scheiße. Wer den Sieg geguckt hat, der weiß bestimmt Bescheid. Ach, Bullshit. Ich krieg's nicht geschissen hier. Go. Komm, jetzt, 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 Junge. Jetzt heul nicht rum, Junge. Heul nicht rum. Halt doch mal die Fresse, ey. Wie dich keiner fragt, ne? Bitte was? Boah, Chavo. Da ist jemand. AMG, WTF, LOL. AK, 15, 7, 23. Ich mach das als Folgentitel rein. Ist das okay? Ist das okay? Bist du damit einverstanden? Ja. Dann hab ich auch nen Hater, Alter. Wieso auch? Ja, weil ich dann auch so ein bisschen mitgemacht hab hier, oder? Osten-mäßig so. Alter, du machst immer mit, ne? Du hast nicht mal nen Grund dazu. Ich hab immer Gründe. Ja, wir haben immer Gründe, Leute zu haten, ne? Du bist so einfach so ein Assi. Nee, das Ding ist einfach, das Ding ist einfach, seit ich mit dir Kontakt habe und auch Projekte mache, da, ja, das, das steckt an einfach, dieses, das Hate-Niebe. Weißt du, du kannst es an den Videos sehen, ne? Vorher war alles gut und so. Ja, bei mir auch. Ein bisschen wie Luzi. Ja, das ist klar. Ist einfach ne komische Mischung bei uns, ne? Das geht eigentlich gar nicht klar. Wir müssen mir ja die Sie zocken, glaub ich. Ja, das auf jeden Fall. Ich hab voll Bock drauf. Boah, morgen um die Uhrzeit, ne? Und wehe nicht, ich schwör's dir. Alter, auf jeden Fall. Und der Kollege ist auch noch dabei und eventuell sogar auch Mirai Niki. Echt? Ja, man munkelt, man munkelt, man munkelt. Alter, Mirai da, Alter, Mirai haben wir gewonnen. Oh, ich darf gar nicht so rumschauen, ist ja dein Kanal. Wieso? Ja, die sind doch eher so was, ein bisschen ruhiger gewohnt, oder? Ja, das stimmt. Ein bisschen mehr Niveau, ne? Ein bisschen mehr Niveau auch und, ja. Ein bisschen professioneller. Kann man so. Auf jeden. LOL. Wie ich's einfach nicht hinkriege, ne? Aber ich hab das Gefühl, ich bin grad ganz gut dabei. Wie einfach nur LOL sagt, ne? Ja, reicht doch. Man weiß dann, was gemeint ist. Hast du mal LOL gespielt? Nee, auf gar keinen. Nee. Ja, ich hab das auch noch nie gespielt. Aber irgendwie hätte ich mal Interesse, mal das kurz anzuzocken. So ein bisschen, weißt du? Mal zu gucken, was so geil daran ist. Ja, das Geile ist halt, äh... Aber andererseits, naja. Nee, das Geile ist, glaub ich, das... Weiß ich nicht. Der hat ein Multiplayer, nehm ich mal an. Ist geil. Ja, auf jeden. Traurig. Kannst du mal bitte dein Mundwerk halten? LOL. Wie er jetzt Mundwerk sagt, ne? Ja, ne? Ne, vorhin bei der Aufnahme noch... Halt die Fresse! Halt die Fresse. LOL. LOL. Ich hab mich da nicht gekriegt. Und da... LOL. Sein Kopf war mein... Was? Idiot. Zitat von Punkt Komma Null in Day 7. Oh, nein. What? Überhaupt nicht. Nein, Scherz. Oh, da schreibt grad einer. Oh, lol. Da schreibt grad einer. Du schluckst mehr als sein... Wie war deine Mutterwitze da? Asi, ey. Ja, hallo? Du machst die ja öfters auch, ne? Über deine Mutter? Aber deine sind immer so, keine Ahnung, so... Ja, so dahin geklatscht. Ja, klar. So lieblos. Muss der auch sein. Ja, deine Mutter ist ja auch nicht gebürt liebevoll, oder? Klar. Sicher. Ja, deshalb zockt ihr Sohn ja auch Warrock. Einfach Frust. So, bam, hier. Ja, Warrock ist so das einzige Game, wo ich halt... Ja... Ne? Ach ja. Alles rauslassen kann. Wo mein Leben noch irgendwie... Ja, hm. Wo mein Leben noch Sinn macht. Das wäre falsch. Ach nee, ich glaube, das ist ganz richtig. Ach so. Ach ja, wie du die Leere in deinem Leben füllen kannst. Wie ich einfach voll den Mut bin? Lol, was war das denn? Was war das denn? Was war das? Was denn? Oh lol, nein, Alter. Warte mal. Ach, Alter. Was geht denn da ab? Wie ist deine Ruhe hart in dem Scheißhaus, Alter? So. Scheiß. Also nee, ich bin jetzt in meinem Zimmer. Was ist das? Nicht, dass ich denke, dass ich auf dem Scheißhaus ruhe. Wird deine Mutter an, oder was? Nee, das Telefon war gerade da. Irgend so ein komischer Freak bestimmt wieder. Mirai, Niki ruft an. Ja, das kann gut sein. Unheimlich. Lol. Ich kriege jetzt nicht geschissen. Ich bekomme auch kein Kill mehr. 2 zu 8. 2 zu 8 ist fast so schlecht wie ich. Ja. Das ist schon ein bisschen bitter. Go. So, jetzt aber. Das fiel der letzte Run. Denn das fiel da einfach. Das hab ich. Nee, ach, das ist nichts geworden. Nee, nochmal. Lol. Restart, Mama. Klar. Lol, schon wieder nicht, na? Loll, die jetzt alle das Spiel verlassen. Ja, weil ich nicht mehr da bin. Schlechteste Folge ever. Ich schwör's dir. Was? Nein. Wieso? Hört man eigentlich, wie behindert ich auf die Tasten smashe? Nee. Gut. Wieso ist es die behinderte Folge? Wie kannst du, wie kommst du da rauf? Ja, weil ich nichts hinkriege hier und weil immer so ein Mongo dazwischen spricht. Weißt du? Oh, jetzt, jetzt gibt's Battle. Oh, jetzt, oh. Battle toll drum, weißt du? Ja, echt. Nee, ich find, man sollte nicht immer beleidigen und so, weißt du? Finde ich schon, ey. So, pass auf, Chavo. Jetzt geht's ab. Das würde es dir gar nicht passen. Oh, Alter. Ja. So, jetzt halt einmal die Fresse, bitte. Mongo, 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 Mongo. Ja. So dauerhaft. Was in deinem Kopf abgeht, ne? Dat willst du nicht wissen. Shit. Legt's gerade? Nee. Okay, okay, wieder. Oh, Mirai, Niki, komm, Mirai, Niki. Oh, Gott, dammit. Ach, Fing, Alter. Bitte was? So, jetzt. F-I-C-K-E-N. Kennt ihr das nicht in der Schweiz? Klar. Lol, wie keiner mehr einwandern darf, ne? Wie er es auch gesehen hat, ne? Ja, klar. Und wie du auch dafür gestimmt hast, einfach. Nee, ich hab dagegen. Nee, ich hab mich sogar neutral verhalten. Also, ich hab gar nichts gemacht. Ich hab bestimmt Kanalwerbung auf seinen Wahlzettel geschrieben hat. Ja. Alter, das mach ich beim nächsten Mal, ne? So geil. Ja, ich stimme für das und das. Aber guck mal bitte auf meinen Kanal. Ja. So geil, Alter. Kommt hier, abonnieren, liken. Nee, ich hab da gar nichts abgestummen diesmal. Beziehungsweise schon... Ich hab eigentlich noch nie abgestummen, glaub. Abgestunken? Abgestunken, abgestummen. Abges... was? Abges... Warte mal. Warum Brainlag, Alter? Abgestummen. Abgestummen. Zu viel abgestummen. Abgestimmt, Alter. Gott. Alter, wie er zu viel Warwickler zockt in seinem Leben. Ich hab so Brainlag gerade. Alter, sorry. Abgestummen. Mhm. Ich hab mein Mikro abgestummen, das kann man sagen. Alter. Wie ich's nicht hinkriege, ne? Aber ich spürst du heute Abend oder so? Lass ich meinen Skill ein bisschen sacken. Dann geht's so hart ab, ne? Dann krieg ich Streamy. Dein Skill sagst du? Oh, Lord. Klammern. Weißt du, was ich mir heute hole? Okay. Na, rate mal. Wir reden öfters drüber. Paisy? Nee, fast. Nee, was ist fast? Nee, was ist zu essen? Boah, Döner, Junge. Oh, ja, geil. Wie das dein Leben ist. Ja, das ist so mein... So, neuer Rekord, Alter. Das ist so mein... Ja, so meine Belohnung halt. So, Wochenende. Hast du die Woche überstanden? Wofür? Du kannst dir den Döner gönnen. Ach so. Das ist so meine Belohnung, weißt du? Nee, ist ja auch schön. Das gönne ich mir. Gönne ich mir. Weißt du? Kommt auch ein bisschen Rabatt ab und zu mal. So geil. Rabatt, ey. Ich hab sogar einmal sogar einen gratis bekommen. Boah, getraut. Weil ich mit zwei Kollegen noch ankam. Zur Werbung, weißt du? Alter, es kommt ja von hinten. Boah, kann nicht wahr sein. Aber ich glaube, ich hab's langsam raus, wie's geht hier. Ja, hammergeil. Dann machst du heute mal eine Rayman-Folge Überlänge für deine Zuschauer? Ja, mega Service einfach. Ne? Und ich hab ja gehört, du machst auch ein 300-Abo-Special. Hab ich gehört. Ja. Aber ich hab schon Leuten gesagt, komm, der abonniert mich mal wieder. Ach, darum, okay. Na gut, ich mach mal einen kurzen Schnitt und dann sehen wir uns bald wieder. Ja, läuft. Läupt. Läupt.